Hallo, hier ist Radio ATM. Am Mikrofon ist Nora. Willkommen am Studio. Das Thema heute Hobbys. Wir haben acht Gäste aus der Klasse 6 Berlin. Hallo, hallo. Wie heißt du? Ich heiße Mael. Wie halb bist du? Ich bin elf. Wo wohnst du? Ich wohne in Ecomo. Was machst du gern? Ich spiele gern Videospiel. Was machst du nicht gern? Ich rede nicht gern. Danke, tschüss. Tschüss. Hallo, hallo. Wie geht's? Gött. Wie heißt du? Ich heiße Nathan. Wie alt bist du? Ich bin elf. Wo wohnst du? Ich wohne in Ecomo. Was machst du gern? Ich spiele gern Dich-Tennis. Was machst du nicht gern? Ich spiele nicht gern Skate. Danke, tschüss. Tschüss. Wir kommen im Studio. Das Thema heute Hobbys. Wir haben acht Gäste aus der Klasse 6 Berlin. Hallo, hallo. Hallo. Wie geht's perínellen? Wie ist DU? Danke. Tschüss. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Wie heißt du? Ich heiße Luca Lesur. Wie heißt du? Ich bin elf Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Ekomo. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Was machst du gern? Du gern. Ich lesen gern Roman. Was machst du nicht gern? Ich spiele nicht gern Fußball. Dann tschüss. Hallo. Wie geht's? Gut. Wie heißt du? Ich bin elf Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Ekomo. Woher kommst du? Frankreich. Was machst du gern? Ich lese gern. Ich lese gern. Was machst du nicht gern? Aber ich spiele nicht gern Fußball. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hier ist Radio ADM. Am Mikrofon Luca. Willkommen im Studio. Das Thema heute Obis. Wir haben acht Gäste aus der Klasse 6 Berlin. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Wie heißt du? Ich heiße Marius. Wie geht's? Ich bin elf Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Ekomo. Woher kommst du? Ich wohne in Ekomo. Ich wohne in Frankreich. Was machst du gern? Ich spiele gern computer. Wie heißt du nicht gern, nicht gern? Ich leise nicht gern. Ich bin romane. Romane. Danke. Danke. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Wie heißt du? Ich heiße Lionel. Wie bist du? Ich bin elf. Wo wohnst du? Ich wohne in Frankreich. Was machst du gerne? Ich geh gerne musik. was machst du nicht gern ich nicht gerne reiten hallo hier ist radio adm ein mikrofon mail willkommen im studio wir haben acht geist aus der klasse berlin hallo wie geht's wie alt bist du ich bin elf jahre alt wo was machst du gern ich gern sport was machst du nicht gern ich gern fahrrad danke tschüss schön